Berufsunfähigkeitsabsicherung ist was für, ja für wen eigentlich? Grundsätzlich für alle, aber ganz besonders für junge Leute. Denn von den heute unter 30-Jährigen kann etwa jeder Dritte mindestens einmal berufsunfähig werden. Die meisten wegen Skelett- und Wirbelsäulenleiden oder psychischen Erkrankungen. Aber gibt's im BU-Fall nicht Geld vom Staat? Schon. Aber reicht das? Und wer noch keine fünf Jahre gearbeitet hat, bekommt in der Regel überhaupt nichts. Weiterleben wie gewohnt, ausgehen, sich hier und da mal was gönnen, geht das dann noch? Wer darauf setzt, dass er schon irgendwie rumkommt, hat im BU-Fall ein Problem. Denn das Ersparte ist schnell aufgebraucht. Und wer hat schon Lust, sich mit irgendeinem Job durchzuschlagen? BU-Absicherungen ermöglichen Ihnen ein monatliches Einkommen, auch wenn Sie Ihr Geld in Ihrem Beruf einmal nicht selbst verdienen können. Dabei gibt es ganz unterschiedliche Lösungen. Zum Beispiel Einsteigertarife, bei denen Sie in den ersten Jahren nur einen vergleichsweise niedrigen Startbeitrag zahlen. Oder Kombilösungen, bei denen Sie eine BU-Absicherung haben und gleichzeitig Kapital ansammeln. Für die Altersvorsorge oder für den Schutz der Familie. Kurz und gut, für jeden Bedarf und jede Lebenssituation ist etwas dabei. Und wenn sich Ihr Leben verändert und sich damit auch Ihre Bedürfnisse wandeln, kann Ihre BU-Absicherung angepasst werden. Für Flexibilität und Gestaltungsfreiräume bei Ihrer BU-Absicherung sorgen Leistungen und Optionen wie die Nachversicherungsgarantie, der Verzicht auf abstrakte Verweisung, Dynamik und garantierte Rentensteigerung sowie Wahlfreiheit hinsichtlich der Überschussverwendungsart. Was genau sich hinter diesen Begriffen verbirgt, das erfahren Sie in den weiteren Videos aus unserer BU-Reihe. Informieren Sie sich jetzt, damit Sie im Fall der Fälle die finanzielle Freiheit haben, Ihr Leben nach Ihren Vorstellungen zu leben. Mit einer Berufsunfähigkeitsabsicherung. R&V. Die Versicherung mit dem Plus.